Hi und herzlich willkommen auf unserem Distribution YouTube-Kanal. Wir machen hochwertige Rohstoffe online für dich verfügbar und zeigen dir heute, wie du weihnachtliche Duftanhänger aus unserem Raps-Kokoswachs herstellen kannst. Dafür benötigst du natürlich unser Raps-Kokoswachs 660-55M, was besonders gut ist für Duftmelz, Duftanhänger oder Duftkerzen. Dann brauchst du Formen und Duft und wenn du magst Farbe, etwas zum Umrühren und einen Simmertopf oder ein Wasserbad. Darin schmilzt du als allererstes das Wachs bei 60-80 Grad. Wir haben dann einen Teil des Wachses aus dem Simmertopf in eine Schmelzkelle gegossen, um jetzt den Duft hinzuzufügen und das Ganze dann leichter gießen zu können. In einem extra Behälter haben wir den Rest des Wachses eingefärbt und mit einem anderen Duft versehen. Zum Gießen empfehlen wir definitiv die Schmelzkelle. Nach ein paar Stunden kannst du die Anhänger in Formen, dabei auf jeden Fall vorsichtig und langsam vorgehen, weil die Formen natürlich relativ dünn sind. Und schon hast du wunderbar duftende Anhänger für deinen Weihnachtsbaum oder Kleiderschrank. Du kannst sie natürlich auch zerbrechen und in einer Duftlampe als Duftmelz verwenden, wenn sie nicht mehr im Baum gebraucht werden. Schau gerne mal auf Instagram vorbei für ein Foto von unseren Anhängern am Weihnachtsbaum und folg uns gerne für mehr Tipps und Tutorials. Untertitelung des ZDF für funk, 2017